Wenn ihr wissen wollt, wie Katan die Sternfahrer funktionieren, dann seid ihr hier genau richtig. Bleibt dran! Hallo ihr Lieben, Sternfahrerzeit! Ich habe mir Katan die Sternfahrer zugelegt und möchte mit euch gemeinsam dieses Spiel entdecken und die Regeln ergründen. In diesem Video werde ich euch Beispielrunden geben, wie das Ganze funktioniert. Hier im Überflug sehen wir schon, dass wir allerhand Material haben. In dem Bankkartenhalter werden wir die Rohstoffe verteilen. Da haben wir Erz, Treibstoff, Carbon, Nahrung und Handelswaren. Handelswaren kommen bei 2 zu 1 hin, der Rest bei 3 zu 1. Und damit haben wir auch schon direkt das Tauschverhältnis der Rohstoffe. Also die normalen Rohstoffe tauschen wir 3 zu 1 gegen die Bank und die Handelswaren können wir 2 zu 1 tauschen. In dem anderen Behälter bringen wir 24 Antriebe unter, 20 Frachtmodule und 24 Bordkanonen. Da drunter befinden sich noch 40 halbe Medaillen, damit können wir später Siegpunkte erringen. Die großen Karten legen wir hier erstmal rechts ab, die teilen wir später noch auf. Die 4 Mutterschiffe werden einmalig hier mit einem Kugelset bestückt. Das Ganze brauchen wir später, um die Bewegungsgeschwindigkeit der Raumschiffe zu ermitteln. Jeder Spieler hat also hier so ein Mutterschiff inklusive der Kugeln, ein recht umfangreiches Set an Figuren und ja, dann kommt unten noch jeweils so ein Aufkleber drauf, damit man die Mutterschiffe nachher auch auseinanderhalten kann. Der Grundaufbau ist immer der gleiche. Wir haben hier dieses Spielfeld, was wir komplett zusammenstecken. Dann werden wir jetzt hier mal die Karten auseinander dividieren. Hier gibt es einmal Begegnungskarten, dann Übersichtskarten für die Baukosten, Siegpunkte und für den Spielzug. Da kriegt ihr jeweils 3. Die Karten haben hier auch eine unterschiedliche Rückseite. Das hier sind die Begegnungskarten. Die mischt ihr dann einmal kräftig durch. Und dann haben wir noch das Set an Freundeskarten, nämlich für die Völker, die wir im Laufe des Spiels nachher entdecken können. Und wo wir nachher Vorteile herausziehen können. Jedes Volk hat hier auch noch so einen Freundeskartenaufsteller. Der Spieler, der nachher die meisten Handelsbeziehungen zu einem Volk führt, bekommt dann diesen Aufsteller und damit 2 extra Siegpunkte. Ich mische jetzt hier gerade im Hintergrund einmal die Begegnungskarten durch. Und die kommen dann in den Satz mit den Mutterschiffausbauten. Die Freundeskarten und die Aufsteller werden links beiseite gelegt, sodass sie sichtbar sind. Daneben kommen dann auch noch Chips für Eisplaneten und Piratenstützpunkte. Trotzdem haben wir hier immer noch einen riesigen Berg an Chips. Da müssen wir noch zwei Sachen aussortieren. Einmal die Reservechips, die sehen auf der Rückseite wie folgt aus. Und dann diese kleinen Handelschips. Wenn das Ganze erledigt ist, erstellen wir den Nachschubstapel. Dafür nehmen wir von jeder Rohstoff so 8 Stück. Mischen das einmal kräftig durch. Packen das in das Fach vom Fragezeichen. Sollte das irgendwann mal aufgebraucht sein, wiederholen wir das Ganze. Für die Einführung in die Regeln starten wir hier mal mit dem Einführungsspiel. Da gibt es eine vorgefertigte Karte. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Später erkläre ich euch aber auch noch, wie die Variablen-Varianten funktionieren mit der variablen Gründung. Links befinden sich die katharischen Kolonien. Und da platzieren wir die Chips mit den griechischen Buchstaben. Alle übrig gebliebenen Chips verteilen wir dann entsprechend der Symbole auf der Karte. Jeder Spieler hat 7 Handelsstationen. Ganz links dann 9 Kolonien. Die sind ein bisschen größer, sehen ganz ähnlich aus. 3 Transporter, 3 Raum-Werft-Erweiterung und einen Siegpunktmarker. Für die Anzeige der reichten Siegpunkte gibt es die Siegpunktmarker und am Spielfilterrand dann entsprechend die Abbildung. Das ist ganz praktisch. Durch die Kombination der Figuren kann man unterschiedliche Dinge kreieren. Also hier zum Beispiel das Handelsschiff mit dem Transporter und der Handelsstation. Oder alternativ ein Kolonieschiff mit dem Transporter und der Kolonie. Insgesamt haben wir nur 3 Transporter, also mehr als 3 Schiffe gibt es nicht. Und dann können wir noch den Raumhafen erstellen in Kombination mit der Kolonie und der Raum-Werft. Das war eine reichlich umfangreiche Einführung. Und jetzt wird es tatsächlich mal Zeit, das zu anfangen zu spielen. Wir orientieren uns hier an Einführungsspiel, deswegen platzieren wir hier die Spielfiguren links wie abgebildet. Und dann geht das auch schon direkt los. Jeder Spieler bekommt als Startkapital 3 Karten von dem Nachschubstapel, den wir vorhin erstellt haben. Das sind also unsere Anfangsrohstoffe, unabhängig davon, wo hier irgendeine Kolonie gegründet wurde. Dazu bekommt jeder hier noch so eine halbe Medaille. Das ist quasi schon mal so ein halber Siegpunkt, aber das ist nicht safe. Das können wir nachher auch verlieren bei den Begegnungen. Und dann gibt es am Anfang für jeden auch noch ein Antriebsmodul, was wir dann nutzen können, um unser Mutterschiff zu arbeiten. Das erste Antriebsmodul ist kostenlos. Das stecken wir hier einfach an unser Mutterschiff mit dran. Damit bekommen wir nachher eine Bewegungsgeschwindigkeit mehr. Und wir können natürlich nachher auch noch diese Module mit dazu kaufen und unser Mutterschiff damit sukzessiv verbessern. So ein Antrieb kostet hier zum Beispiel 2 Treibstoff. Dann gibt es nachher noch die Frachtmodule, die können wir auch kaufen. Die kosten 2 Erz. Da können wir auch maximal 6 aufrüsten. Und dann gibt es hier noch die Bordkanone, die kostet 2 Karbon. Und damit können wir uns dann hier auch nachher gegen die Raumpiraten wehren. So ein voll ausgerüstetes Mutterschiff sieht schon ziemlich cool aus, kostet aber auch jede Menge Schotter. Wer fängt an? Da wird einmal rundherum gewürfelt. Wer hier die höchste Augenzahl hat, darf anfangen. Das ist in meinem Fall der weiße Spieler. Der beginnt auch dann direkt mit dem Würfeln. Und dann werden, wie auch beim normalen Katan, die Erträge für alle Spieler ausgewürfelt. Heißt also, wer hier eine Kolonie an der entsprechenden Stelle hat, bekommt den dazu passenden Rohstoff. Mit wenigen Siegpunkten gibt es am Anfang dann auch noch zusätzliche Rohstoffkarten. Am Anfang sind das immer 2 Rohstoffe, verdeckt vom Nachschubstapel. Später ist es dann nur noch eine und wenn wir schon relativ viele Siegpunkte haben, gibt es gar keine mehr von dem Stapel. So, der weiße Spieler entscheidet sich hier einen Antrieb zu kaufen und sein Mutterschiff aufzurüsten. Und wenn man schon dabei ist, sein Mutterschiff hier auf Vordermann zu bringen, dann kann man gleich weitermachen. Der weiße Spieler kauft dann für 2 Karbonen auch gleich noch eine Bordkanone. Und damit haben wir auch schon die ersten 3 Schritte vom Spielzug ausgeführt. Also am Anfang Rohstoffverträge auswürfeln, dann gegebenenfalls vom Nachschubstapel ziehen, bauen und handeln. Und jetzt sind wir in der Bewegungsphase. Dafür brauchen wir das Mutterschiff. Das wird hier einmal schön kopfüber geschüttelt und dann kommt es darauf an, welche Kugeln unten gelandet sind. Wir haben jetzt hier gelb und rot. Das sind insgesamt 5 Bewegungspunkte plus den 2 Antrieben, die wir noch am Mutterschiff haben, kommen wir auf insgesamt 7 Bewegungspunkte an. Im Einstiegsspiel startet jeder mit einem Kolonieschiff und das werden wir hier auch in Bewegung setzen. Man bewegt sich hier auf diesen blauen Linien und jede Bewegung kostet einen Bewegungspunkt. Ich zähle das hier runter. Wir sind jetzt hier gerade bei 3 Bewegungspunkten, 2. Und sobald wir hier so eine Planetensysteme und die Zahlenchips, die da drauf liegen, werden da rumgedreht. Das sind denn die Zahlen, die es braucht, um Erträge zu erwirtschaften, wenn man da eine Kolonie gründet. Kolonien gründen darf man nur zwischen den Planeten, nicht außenrum. Ich habe das hier mal dargestellt. Und der weiße Spieler hat ja hier noch 2 Bewegungspunkte übrig, zieht jetzt hier zwischen 2 und 4 und gründet da seine erste Kolonie. Dafür nimmt er einfach den Transporter ab. Der kommt wieder zurück in den Vorrat. Und das war es dann auch schon. Dann geht es weiter hier. Der nächste Spieler ist dran. Rot würfelt. Same Procedure. Es ist wieder eine 8. Also gibt es hier wieder Carbon und Erz. Und im Anschluss dann wieder 2 Karten vom Nachschubstapel, weil auch der rote Spieler hier natürlich noch nicht genügend Siegpunkte hat, um davon ausgeschlossen zu werden. Rot kauft jetzt hier für 2 Erzen Frachtmodul und er hat hier auch einige Carbon-Karten. Gibt hier 4 Carbon-Karten ab, um dann 2 Bordkanonen zu kaufen. Die Zusatzmodule werden dann wieder am Mutterschiff festgemacht und danach ist dann wieder die Bewegungsphase. Dafür wird dann das Mutterschiff wieder als Würfel benutzt. Im schlechtersten Fall können wir hier 3 Bewegungspunkte erwürfeln und im besten Fall 5. Das ist hier wieder glücklich. 2 und 3 plus ein Antriebsmodul macht insgesamt 6 Bewegungspunkte. Und dann geht es auch schon los. Der rote Spieler macht sich hier auf den Weg, ist allerdings nur auf der Kante und kann an der Stelle keine Kolonie gründen. Dafür muss er zwischen den beiden Planeten stehen. Der gelbe Spieler ist an der Reihe. Würfelt hier eine 4. Es werden wieder die entsprechenden Rohstoffverträge ausgeteilt. Dann gibt es natürlich auch noch Nachschub vom Nachschubstapel. Ich habe hier gesehen, ich habe hier vergessen, den einen Siegpunkt vorzusetzen von Weiß. Jede gebaute Kolonie macht hier natürlich einen Siegpunkt aus. Und der gelbe Spieler muss überlegen, was er baut. Schauen wir mal, was er hier so zusammenbekommt. Der könnte jetzt hier natürlich auch 3 zu 1 tauschen, das Karbon, aber er entscheidet sich hier für den Handel direkt mit dem blauen Spieler. Blau gibt hier ein Erz für einen Karbon ab. Und damit ist der gelbe Spieler in der Lage, ein Kolonieschiff zu bauen. Das kostet nämlich genau ein Erz, ein Treibstoff, ein Karbon und eine Nahrung. Handelsschiffe oder Kolonieschiffe dürfen immer nur am Raumhafen gebaut werden. Das heißt also, hier bei den Kolonien würde das nicht gehen. Das geht hier nur direkt neben dem Raumhafen. Da ist auch noch ein Slot frei. Ein paar Rohstoffe hat der gelbe Spieler hier noch übrig. Der gibt hier nochmal 2 Karbon aus, um seine Bordkanone aufzurüsten am Mutterschiff. Dann wird wieder gewürfelt. Wir haben jetzt hier einmal Blau und Gelb. Das sind insgesamt 3 Bewegungspunkte plus ein Antrieb macht 4. Das ist nicht so viel. Bestehende Figuren dürfen übersprungen werden. Allerdings darf hier auf einem Feld immer nur eine Figur stehen. Mehr ist nicht drin. Dann ist der blaue Spieler an der Reihe. Würfelt. Hat hier die 6. Entsprechend werden wieder die Rohstoffe ausgeteilt. Es gibt natürlich auch hier wieder 2 Zusatzkarten vom Nachschubstapel. Mal schauen, was der gelbe Spieler hier mit seinen Rohstoffen so veranstalten kann. Der blaue Spieler baut hier für 2 Treibstoffe einen Antrieb fürs Mutterschiff. Das ist nie verkehrt. Kann nicht schaden. Entschaltet sich dann dafür, die Bewegungspunkte hier auszuwürfeln. Und wir bekommen unsere erste Begegnung. Wie ihr gesehen habt, ist hier die schwarze Kugel mit dabei. Die andere Kugel ist dann völlig egal. Wir landen jetzt hier in dem Begegnungspfad. Und der linke Nachbar liest die oberste Bewegungskarte vor. Allerdings erst nur den obersten Abschnitt. Begegnung für blau. Du begegnest einem Händler. Wie viele Rohstoffe bis zu 3 möchtest du ihm schenken? Lege die Rohstoffe zurück in den Vorrat. Der blaue Spieler muss jetzt entscheiden, ob 0, 1, 2 oder 3. Und entsprechend wird dann die Reaktion vom Händler vorgelesen. Der blaue Spieler hat jetzt hier also die Qual der Wahl. Der muss entscheiden, ob er 0, 1, 2 oder 3 Rohstoffe abgibt. Der entscheidet sich jetzt hier dafür, 2 Rohstoffe abzugeben. Und er hat Pech, weil er ist hier auf einen sehr, sehr geizigen Händler getroffen. Der rückt hier an der Stelle nur eine halbe Münze raus, aber immerhin. Damit hat der blaue Spieler zwei halbe Münzen zusammen und damit einen zusätzlichen Siegpunkt. Nach einer Begegnung ist die Grundgeschwindigkeit immer 3 plus den Antrieben, also hier 2. Der blaue Spieler hat insgesamt 5 Bewegungspunkte, bewegt sich hier auch auf das untere Planeten-System zu. Da werden dann entsprechend die Zahlenschipps aufgedeckt. Ein Bewegungspunkt ist noch übrig. Das reicht aber nicht, um zwischen die Planeten zu kommen. Pech gehabt. Dann muss er das halt in der nächsten Runde versuchen. Weiß ist an der Reihe. Hat die 7 gewürfelt? Das ist ein Sonderfall. Wenn die 7 gewürfelt wird, gibt es erstmal keine Erträge. Alle Spieler, die mehr als 7 Handkarten haben, geben die Hälfte ab. Da wird immer abgerundet, also wie beim normalen Kartan. Der Spieler, der gewürfelt hat, darf von einem Spieler eine Rohstoffkarte ziehen. Und alle anderen Spieler bekommen eine Ertragskarte vom Nachschubstapel. Der weiße Spieler hat hier auch genügend Rohstoffe, um ein Kolonieschiff zu bauen. Das passiert, wie gesagt, immer nur am Raumhafen. Und dann werden wieder die Bewegungspunkte ausgewürfelt. Oh, hier haben wir schon wieder eine Begegnung. Schwarze Kugel. Begegnung für Weiß. Ein Raumpirat greift dich an. Möchtest du fliehen? Der weiße Spieler entscheidet sich hier für Nein. Mal schauen, wie es weitergeht. Du musst kämpfen. Du und dein zweiter linker Nachbar als Pirat ermitteln eure Kampfkraft mit dem Mutterschiff-Würfeln plus Bordkanon. Bist du gleich stark oder stärker als dein Nachbar? Na dann, schauen wir mal. Jetzt wird gewürfelt. Der weiße Spieler gegen den gelben Spieler. Und wenn wir das hier direkt miteinander vergleichen, 6 zu 7, dann zieht der weiße Spieler hier den kürzeren. Das ist natürlich großes Pech. Und dementsprechend gibt es hier auch eine Strafe. Das Schiff wird beschädigt. Wähle einen beliebigen Ausbau deines Mutterschiffs und entferne ihn. Für deinen Mut erhältst du aber trotzdem eine halbe Medaille. Naja, immerhin. Heißt also, hier müssen wir jetzt irgendwas abbauen. Der weiße Spieler entscheidet sich jetzt hier für die Bordkanone. Aber weil wir so mutig gekämpft haben, kriegen wir an der Stelle noch eine halbe Medaille. Bewegungspunkte bleiben dann natürlich trotzdem erhalten. Zumindest in diesem Fall. Das kann manchmal auch anders ausgehen bei einer Piratenbegegnung. Das waren jetzt hier insgesamt 5 Bewegungspunkte. Der weiße bewegt sich, aber kann sonst nichts weiter machen. Für den normalen Spielablauf soll es das erstmal gewesen sein. Jetzt widmen wir uns noch ein paar Spezialfällen. Hin und wieder kann es vorkommen, dass ihr bei den Planetensystemen solcher Eisplanetschips aufdeckt. Da ersetzt ihr dann den Chip, den ihr aufgedeckt habt, mit den an der Seite liegenden. Und das heißt, ihr müsst hier mindestens 3 Frachtmodule mitbringen, um entsprechend siedeln zu können. Oder, äh, nicht siedeln, kolonialisieren. Neben diesem Eisplanet ist quasi eine Koloniegründung nicht möglich. Das würde jetzt hier nur oben gehen. Es sei denn, ihr habt halt entsprechend genügend Frachtmodule, um diesen Planet dann belebbar zu machen. Der rote Spieler ist jetzt hier in der Reihe. Und der hat auch tatsächlich 3 von diesen Frachtmodulen. Und damit kann dieser Planet terraformt werden. Das macht dann schon mal einen Siegpunkt aus. Herzlichen Glückwunsch. Und ihr nehmt euch einen von diesen Reservechips. Ich blende die hier links gerade nochmal ein. Das sind diese Chips mit dem, naja, Halbkreis, Halbkreis, Umkreis. Keine Ahnung, wie man es nennt. Und damit ist dann halt auch die Kolonisierung neben dem Planeten möglich. Dann gibt es noch einen anderen Fall. Ein Piratenstützpunkt. Und das ist immer dann, wenn hier so ein Bordkanonen-Symbol aufdeckt. Auch hier gilt dann, den entsprechenden Chip von der Seite zu nehmen. Dann wird geprüft, ob ihr genügend Bordkanonen mit dabei habt. Ist das nicht der Fall. Darf hier auch wieder nicht gebaut werden. Da geht es dann halt nur zwischen den beiden anderen Planeten. Um diesen Planet zu befreien, braucht es dann 5 Bordkanonen. Was wir in der Beispielrunde vorhin auch noch nicht gemacht haben. Wir haben noch keinen Raumhafen gebaut. Und das möchte ich hier nochmal kurz darstellen. Das kostet 2 Nahrung und 3 Carbon. Und macht natürlich dann in den entliegenen Planetensystemen ganz besonders viel Sinn. Damit wir da dann neue Raumschöpfe bauen können. Und das restliche Universum entdecken können. Was wir jetzt auch noch nicht hatten. Wir haben uns noch gar nicht mit den fremden Völkern beschäftigt. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine echt spannende Sache. Wir haben hier die Händler, die Diplomaten, das grüne Volk und das wissende Volk. Jedes dieser vier Völker besitzt einen Außenposten auf unserer Karte. Und wenn wir unser Handelsschiff in die Mitte von diesen Außenposten bewegen, dann können wir, wenn wir genügend Frachtmodule haben, an der Stelle eine Handelsstation gründen. Hier wurde jetzt noch keine Handelsstation gebaut. Das heißt, das braucht jetzt hier nur ein Frachtmodul. Und da können wir uns dann aussuchen, wo wir das hin platzieren. Und damit bekommen wir dann zum einen, weil wir jetzt hier die meisten Handelsstationen drauf haben, direkt den Freundschaftsmarker. Das sind zwei extra Siegpunkte. Und wir können uns eine der fünf coolen Freundschaftskarten aussuchen, die uns dann einen nicht unerheblichen Bonus geben. Der Spieler entscheidet sich hier für die Produktionserhöhung von Treibstoff. Das heißt, immer dann, wenn mindestens einer seiner Kolonien oder Raumhäfen Treibstoff produziert, bekommt er einen zusätzlichen Treibstoff. Und das ist schon ziemlich cool. Wir haben ja hier unterschiedliche Völker. Und die unterschiedlichen Völker bieten auch unterschiedliche Vorteile an. Die Händler zum Beispiel erlauben es nachher, einen 2 zu 1 Tausch oder bei Handelswahn sogar einen 1 zu 1 Tausch zu erlangen, einmal pro Runde. Also die ersetzen so ein bisschen die Häfen aus dem normalen Katanspiel. Die Diplomaten ermöglichen es zum Beispiel, dass man sich vor dem Räuber schützt. Also wenn die 7 gewürfelt wird, den Räuber gibt es ja in der Form hier nicht, dann darf man maximal 11 Karten auf der Hand halten. Ab 12 verliert man erst die Hälfte seiner Karten. Und dann gibt es auch noch andere Sachen, zum Beispiel ähnlich wie man das aus Städt und Ritter kennt, die Galaktische Hilfe. Immer wenn man beim Ertragsruf leer ausgeht, bekommt man einen beliebigen Rohstoff vom Vorrat. Dann gibt es das grüne Volk, das hatte ich ja gerade schon vorgestellt. Das ist letztendlich auch eine Erhöhung der Erträge, jedes Mal wenn man da einen Ertrag bekommt. Und das wissende Volk ermöglicht es nachher, das Mutterschiff noch besser auszurüsten. Mit Bordkanonen, Antrieben oder einer Kombination davon. Dann gibt es noch ein paar Detaillierungen zum Blockadeverbot. Das ist einfach der freundliche Umgang miteinander. Also es ist zum Beispiel nicht erlaubt, wenn der rote Spieler hier sein Raumschiff parkt und damit den Raumhafen vom gelben Spieler blockiert. Da muss er irgendwo anders hinziehen. Der kann da natürlich lang, aber darf da nicht stehen bleiben. Genauso ist es nicht erlaubt, dass man seinen Zug auf einem Koloniebauplatz beendet. Wenn man da die Möglichkeit hat, dann muss man auf jeden Fall weiterziehen, ansonsten muss man da in der nächsten Runde weg. So, dann haben wir jetzt hier noch alternativ, wie versprochen, einen variablen Aufbau, sodass es hier auch ein bisschen Vielfalt gibt, wenn man das Spiel spielt. Hier gibt es insgesamt drei Aufbauvarianten. Die strategische Variante, die Entdecker-Variante und die wilde Wildall-Variante. Wir haben bei den Raumplättchen hier einmal Raumplättchen mit einem Stern und einmal Raumplättchen mit zwei Sternen. Aus dem einer Sternstapel nehmen wir ein leeres Raumplättchen raus. Und dann gibt es diesen Sternnebel. Und bei der strategischen Variante platzieren wir alle 1er Sterne unterhalb und alle 2er Sterne oberhalb. Wenn ihr die Raumplättchen so verdeckt lasst, dann habt ihr direkt die Entdecker-Variante. Und das heißt, erst wenn ihr mit eurem Raumschiff an so ein Feld ankommt, dann nehmt ihr das an einer Kante und dreht das auch genau an dieser Kante um. Und damit ist dann dieses Feld entdeckt. Und erst anschließend kommen die Zahlenschipps drauf. Ansonsten ist das von den Regeln genau identisch zur strategischen Variante. Bei der strategischen Variante werden von Anfang an die Weltallfelder aufgedeckt. Das heißt, hier weiß man natürlich schon so ein bisschen, was auf einen zukommt und wohin man sich orientieren kann. Nachdem die Weltallfelder aufgedeckt werden, werden dann noch die Zahlenschipps verteilt, entsprechend der Symbole. Und diese ausgefüllten Zahlenschipps landen dann oberhalb von dem Sternnebel und die leeren Zahlenschipps landen unterhalb des Nebels. Im regulären Spiel gestaltet sich die Gründung auch ein bisschen anders. Der gelbe Spieler fängt hier an. Man darf seine Gründung ja hier immer zwischen den beiden Planeten durchführen und hat hier die freie Gründungswahl. Dann geht es links weiter mit dem blauen Spieler, dann mit dem weißen Spieler und schließlich letzter Spieler ist rot. Der letzte Spieler darf dann auch eine zweite Kolonie setzen. Dann geht es gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück, bis man bei gelb ist. Der gelbe Spieler darf dann eine dritte Kolonie setzen. Dann geht es wieder im Uhrzeigersinn zurück bis zum roten Spieler. Und der rote Spieler darf sich dann aussuchen, welche Kolonie er hier als Raumhafen ausbaut. Und er darf sich auch überlegen, ob er entweder ein Handelsschiff baut oder ein Kolonieschiff baut. Und das macht man am besten abhängig davon, was hier in der Nähe ist. Der rote Spieler entscheidet sich jetzt hier für ein Kolonieschiff. Na gut, kann man so machen. Hier macht es natürlich Sinn, den Raumhafen denn nicht irgendwo links zu bauen, sondern natürlich rechts zum offenen Weltall, damit der Weg an der Stelle nicht so weit ist. Man könnte jetzt hier auch gleich noch die Ausbauteile für das Mutterschiff in die Mitte legen, aber das zeige ich euch jetzt hier direkt im Anschluss. Ist aber das gleiche Prinzip. So, nachdem jeder jetzt hier seinen Raumhafen ausgebaut hat und eine Rakete, also einen Transporter, mit Kolonie oder Handelsstation ausgerüstet hat, kommt der Ausbau vom Mutterschiff. Also hier kriegt nicht jeder pauschal einen Antrieb, sondern es stehen zur Verfügung zwei Antriebe, ein Frachtmodul und eine Bordkanone. Und der Spieler, der hier als letztes dran war, das war der rote Spieler, darf anfangen, sich zu überlegen, welche Erweiterung er sich nimmt. Und dann geht es gegen den Uhrzeigersinn zurück. Jeder Spieler wählt hier eine Erweiterung und darf dann sein Mutterschiff damit ausrüsten. Wenn ihr zu dritt spielt, dürfen bei den katanischen Kolonien, also bei der Gründung, die offengebliebenen Bauplätze nicht mehr bebaut werden. Da packt ihr am besten nach der Gründung die übrig gebliebene Farbe hin. Und bei den Planetensystemen dürfen nur zwei von drei Feldern kolonialisiert werden. Nach der Gründung bekommt jeder Spieler dann noch drei Karten vom Nachschubstapel. Und dann kann es vom Prinzip auch schon losgehen. Was ich euch jetzt hier noch einblende, ist die letzte Variante, die ihr dann auch probieren könnt. Das ist die wilde Weltall-Variante. Hier mischt ihr einfach alle Weltraumfelder einmal wild durch und die werden dann zufällig verteilt. Da wird dann halt auch nicht drauf geachtet, ob die ein, zwei oder zwei Sternenkarten vor dem Sternennebel sind oder hinter dem Sternennebel. Und die Karten, die übrig bleiben, die fliegen dann einfach raus. Das soll es bis hierhin gewiesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Sternfahrern und dann bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.